Hallo, Grüße, was geht ab? Leute, ich melde mich heute mal außerhalb des Streams, denn ich möchte unter anderem etwas ankündigen und unter anderem auch etwas auslosen und zwar die Kaisa W ist am Start. Nächste Woche geht's los. Was ist die Kaisa W? Kaisa W ist die Kegi spielt alles Woche. Eine Woche, wo ich alle Spiele spiele, die ihr euch gewünscht habt. Spiele, die normalerweise nicht unbedingt ich im Stream spiele, die kommen dran, die habt ihr euch gewünscht. Die werden wir heute auslosen von allen Wünschen, die getätigt wurden und das wird ein bisschen mehr als nur das sein in dieser Kaisa W, denn jeden Tag werden wir zwölf Stunden ballern. Jeden Tag zwölf Stunden Streams von Montag bis Sonntag die ganze Woche. Am 20. Mai geht's los, das ist die nächste Woche, also der nächste Woche, Montag nächste Woche, oh mein Gott, ich kann nicht reden. Nächste Woche, Montag geht's los. Bis Sonntag einschließlich, jeden Tag zwölf Stunden. Wir werden anfangs immer ein bisschen Minecraft spielen, ein bisschen quatschen, ein bisschen uns vielleicht Dinge anschauen, die gerade so am Start sind. Ich werde versuchen innerhalb dieser Woche unter anderem natürlich auch meine Fabrik fertig zu bauen, die ich angefangen habe zu bauen bei dem Buben auf dem SMP, weil der Buben SMP schließt schon nächsten Monat. Und das wäre geil, wenn ich noch irgendwie bis dahin meine Fabrik fertig bekomme. Deshalb, das machen wir da in dieser Woche immer so anfangs zum Streamen. Frühstück ein bisschen, Leute, Minecraft bauen, ein bisschen quatschen. Und dann geht's später so gegen 15, 16 Uhr los mit den KSRW-Spielen, die wir gleich auslosen werden, wo wir dann irgendwie drei Spiele davon spielen werden pro Tag, sodass wir dann auf 21 Spiele kommen am Ende der Woche. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Backup-Spiele, so ungefähr vier, fünf Stück losen wir auch noch aus. Und dann abends irgendwann machen wir noch ein bisschen irgendwie zum Abschalten, zum Runterkommen, Gehirn ist schon Matsch, irgendwie noch ein bisschen Reaction-Kram. Sowas wie mal eine Folge Frauentausch, mal eine Folge Rosin-Bingo oder sowas. Die Jungs-WG, momentan ist eine neue Jungs-WG am Laufen, da gucken wir mal rein, ob die actually funny ist oder nicht. Und auf jeden Fall, das steht so ungefähr an, das ist ungefähr so der Tagesplan. Ich werde jedes Spiel circa zwei Stunden spielen, kommt darauf an, dass vielleicht ein Spiel wir länger spielen. Wenn ich feststelle, hey, der Chat hat super viel Bock, ich hab richtig viel Bock, dann werde ich dieses Spiel auch ein bisschen länger spielen. Genau so andersrum kann es auch passieren, wenn ich feststelle, hey, das Spiel ist irgendwie Arsch-Scheiße, ich hab absolut keinen Bock, der Chat hat absolut keinen Bock. Der Chat hat komplett den Vibe irgendwie, dann machen wir es vielleicht auch ein bisschen kürzer. Aber so ungefähr, ne, das ungefähr Grundkonzept sind ungefähr zwei Stunden pro Spiel. Sprich, wir machen anfangs immer so um 12 Uhr Minecraft für irgendwie drei Stunden oder so. Gehen dann rein in die KSRW-Spiele, drei Stück jeweils für zwei Stunden ungefähr. Und dann abends gegen irgendwie neun, zehn Uhr gucken wir uns noch irgendeinen Shit an, irgendeinen Fernsehkram oder so. Also, äh, das wird auf jeden Fall sehr funny. Und, ja, kommen wir jetzt dazu, die Spiele auszulosen. Da ist es. Da sind die 283 müssen, genau, 283. Wie gesagt, es waren 305 Einreichungen. Ich habe einiges davon rausgefiltert. Ähm, darunter waren, wie gesagt, Jokes waren darunter, die halt keine Spiele sind, sondern nur als Jokes drin sind. Die habe ich rausgefiltert. Es gab sowas wie Nintendo Labo Racing Set zusammenbauen im Stream und das dann spielen. Ich bin leider nicht reich. Ich kann mir das Ding jetzt nicht irgendwie für 150, 180 Euro kaufen oder wie teuer das war. Ähm, das werden wir nicht machen. Äh, und dann halt so Kram wie, äh, es wurde sich auch gewünscht Isaac oder Minecraft. Minecraft machen wir eh jeden Tag. Isaac mache ich halt jede Woche Donnerstag. Die KSRW ist ja eigentlich eine Woche, in der ich Spiele spiele, die ich normalerweise nicht spiele. Also die K... Egal, ich versuche nicht eine neue Abkürzung zu machen. Äh, deshalb habe ich solche Dinge rausgenommen. Oder halt Dinge, die ich erst vor kurzem im Stream gespielt habe oder so, habe ich jetzt auch rausgenommen. Äh, weil das wäre ja dumm. Wir haben jetzt irgendwie vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten irgendein Spiel gespielt und jetzt kommt es nochmal, wo der Witz eigentlich vielleicht schon sogar raus ist oder so. Also das wäre lame. Deshalb habe ich es rausgenommen. Und wir haben hier nur Spiele, ähm, die ich entweder gar nicht gespielt habe oder schon irgendwie vor vier, fünf Jahren letztes Mal gespielt habe. Äh, 283 an der Zahl. Wir legen los. 21 Spiele losen wir aus. Biakko, halt deine Schnauze. Danke. Let's go. Spiel Nummer eins ist 101. 101 ist... Ähm... Chained Echoes. Äh, kam letztes Jahr raus, ne? Ist so ein JRPG gewesen, glaube ich. Ähm, 187. Äh, 187 ist Bedtime Simulator. Ach so, okay. Äh, ist, glaube ich, irgendwie so ein Fan-Made-Game zu Undertale oder so. Jedenfalls das, was ich an Bildern gesehen habe, als ich danach gegoogelt habe. 149. Ähm... Äh, ist Sly Cooper 2. Oh, boy. Ich hatte mal, äh, mir alle drei Teile geholt für die PS2, weil ich die alle let's playen wollte. Das war zu der Zeit, als ich das noch, äh, das Jack & Dexter Let's Play gemacht habe vor... Damals, damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Digga, da habe ich noch Jack & Dexter Let's Played. Und dann wollte ich irgendwie auch mal eine andere Serie let's playen. Hab dann... War dann so hyped in Sly Cooper drin, weil ich mir so Videos und Bilder angeschaut habe. Boah, das ist voll cool, man. Das sind irgendwelche coolen Tiere und die sind Superhelden oder so. Keine Ahnung. Und ich dachte mir, das könnte funny werden. Hab mir direkt alle drei Teile gekauft. Auf Rebay gebraucht. Biakko, halt deine Schnauze. Dann habe ich einen Teil davon im Stream gespielt. Damals noch auf Hitbox, irgendwie 2014 oder so. Und hab festgestellt... Holy shit! Das Spiel macht gar keinen Spaß. Und jetzt kommt's wieder. Aber der zweite Teil. Vielleicht ist der zweite Teil spaßiger als der erste. Okay. 131 ist... Apex Legends. Oh shit. Da können wir bestimmt im Squad reingehen, oder Leute? Bestimmt. Und dann machen wir Chicken Dinner. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Apex Legends. 33 ist... Dragon Quest 9. Hüter des Himmels. Ui. Noch nie gespielt. Gibt's, glaub ich, im Game Pass. 113. Aber ja, wird geil. 100 Stunden JRPG für zwei Stunden spielen. Das wird geil. Lunasit für Dashke. Ich hab's so kopiert. Es wurde so eingereicht. Lunasit für Dashke. Nice. Ist von dem Typen, der auch Lost in Vivo gemacht hat. Das Horrorgame. Es ist, glaub ich, so ein bisschen angelehnt an die alten FromSoft-Spiele. Wollte ich immer mal spielen. Kam noch nicht dazu. Aber ja, jetzt wird's wohl Zeit. Nice. Äh, 145 ist... ...Yakuza Zero. Oh, boy. Ich hab's nie durchgespielt. Ich hab's irgendwie für... ...10, 20 Stunden gespielt. Hab's nicht durchgespielt. Bin auch... ...ein bisschen seit Judgment 2 so ein bisschen ausgebrannt, was Yakuza-Kram angeht. Auch wenn Judgment jetzt nicht Yakuza ist, aber ist ja quasi dasselbe Prinzip, nur mit anderen Charakteren und anderer Story. Aber ja, bin so ein bisschen ausgebrannt. Und vielleicht finde ich mit Yakuza Zero Replay meine neue Liebe dazu. Keine Ahnung. Und dann bin ich voll drin und dann grinde ich alle Teile durch. Wird nie passieren, aber hey, mal schauen. Also, 49. Another Scraps Treasure Adventure, Digger. Kam vor kurzem erst raus. Ist in Souls-like mit Krabben. Ich hab mir ein paar Streams dazu angeschaut. Sah ziemlich garbage aus. Hey, garbage. Versteht ihr, Chat? Weil... Ich hab wieder Chat gesagt, Leute. Weil man in dem Spiel als Krabbe Müll einsammelt und das irgendwie als Rüstung benutzt oder so. Ja, sah irgendwie ziemlich wack aus. Hat mir absolut nicht gefallen. Aber vielleicht muss man es ja gespielt haben, um es toll zu finden. So, 24 ist Metroid Prime 2. Digger, wer hat das reingepackt? Das Remaster ist doch noch gar nicht draußen. Oh. Naja. Okay. 122. 122. Äh, Minesweeper. Zack. 113. Äh, 13. Moment, ich hab gar nicht irgendwie... Vielleicht gerade wieder mal Autopilot drin. Minesweeper. Zwölf... Äh, zwei Stunden lang Minesweeper. Ja, vielleicht haben wir schon das erste Spiel gefunden, was wir nicht zwei Stunden lang spielen werden. Äh, die Nummer 13 ist... Äh, Kingdom Hearts 2 Randomizer. Ich glaub, das war bisher in jeder KSRW von irgendjemandem reingevotet, aber es kam nie dran. Jetzt kam es endlich. Kingdom Hearts 2 Randomizer. Äh, keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie ich das einrichte, werde ich dann wahrscheinlich sehen. Ich hoffe, das ist nicht zu beschissen. Äh, 101 ist... Ach, hatten wir schon. Was war die 101? Naja, egal. 258. Ähm, 258 ist... Poop Die auf der Nintendo Switch. Boah, keine Ahnung, was das ist. Ich hab's gegoogelt. Ich hab ganz viele scheiße Bilder gesehen. Wird bestimmt banger. 65 ist Dishonored. Nie gespielt. Aber Leute lieben's. So ein Stealth-Game. 189 ist... Spookware. Hab ich, glaub ich, sogar mal kurz gestreamt vor ein paar Jahren. Ähm, okay, I guess. 97. Ähm, Terraria. Oh boy. Oh boy. Ich muss mich endlich Terraria erstellen. Oh nein. Schreib schon mal in die Kommentare, welche Motz ich mir alles runterladen muss. Ich spiele die Calamity-Mod. Äh, 220 ist... Tekken 8. Okay. Kann ich mir bestimmt bei irgendjemandem schnorren in der Steam-Bibliothek. 209 ist... Eastward. Eastward hab ich auch zu Release vor ein paar Jahren gespielt. Gibt's mittlerweile auch eine deutsche... Deutsche Übersetzung. Damals zu Release gab's, glaub ich, nur Englisch. Ist ein sehr cutes Spiel. Wollte ich immer durchspielen, hab ich nie durchgespielt. Ähm... Ja, nächstes. 288 ist... Äh... Suns Bossfight. Ja, das hab ich in der Liste drin gelassen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich muss schauen, ob ich irgendwie einen Save-File quasi finden kann. Dass ich den machen kann. Also Undertale. Spoiler, by the way. Lol. Äh... Ich hab den Kampf selbst nie gemacht. Ich hab natürlich Undertale gespielt. Deltarune auch gespielt und so. Ähm... Aber hab nie den Bosskampf oder dieses Ending nie gemacht. Deshalb muss ich schauen, ob ich überhaupt dort ein... Ob das überhaupt so funktioniert, dass ich mir einen Safe-State runterladen kann. Und ob dort spielen kann. Ähm... Ja, wenn nicht, dann muss ich wohl bis dahin spielen. Keine Ahnung, ob das realisierbar ist in der kurzen Zeit. Äh... Muss ich schauen. Kann sein, dass das ein Spiel ist, was rausfallen wird. Und wir dadurch dann ein Backup-Spiel nehmen werden. Wie viele haben wir denn mittlerweile? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Drei Spiele noch, die hundertprozentig drankommen. Und danach haben wir die Backup-Spiele. 171 ist Shadow of the Colossus, Alter. Geil. Habe ich auch nie durchgespielt. Irgendwie zweimal angefangen, nie beendet. Aber auch nie gestreamt. Äh, ja. Ist ein sehr schönes Spiel. Auch wenn ich es nie durchgespielt habe. 260 ist... Pizza Tower, oh boy. Habe ich mich auch sehr lange, oder was heißt sehr lange... Bis heute drücke ich mich vor dem Spiel. Obwohl es alle lieben. Alles, was ich davon gesehen habe, ist irgendwie so... So lame aus. Aber vielleicht werde ich es im Stream... Vielleicht werde ich mich im Stream verlieben. So, letztes Spiel, ne? Nochmal kurz durchgehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ja, letztes Spiel. Was definitiv innerhalb dieser Woche drankommen wird. 101 ist... Hatten wir schon. Nochmal. 81 ist... Apollo Justice Ace Attorney. Nie gespielt. Super lange davor, mich gedrückt auszuspielen. Jetzt ist wohl die Zeit gekommen, dass ich es mir kaufen muss und es spielen werde. Ich habe keine Ahnung, das Spiel ist ja sehr textlastig, weil es ja natürlich auch ein Visual Novel irgendwo irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob man innerhalb der ersten zwei Stunden überhaupt einen Fall macht. Also, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt machbar ist. Oder es gibt ja mehrere Teile davon. Auf jeden Fall wäre cool, wenn wir ein Teil spielen, wo innerhalb der ersten zwei Stunden schon direkt ein Fall ist. Weil das ist ja so ein Spiel, wo man die ganze Zeit so vor Gericht ist und dann so rätselmäßig irgendwie Objection macht und so ein Kram. Aber wie gesagt, es ist ja auch ein Visual Novel, sprich ein Spiel mit sehr viel Text, wo zwei Charaktere aufploppen, Textbox und dann... Ja, und ich sehr viel lesen muss. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich dann innerhalb der zwei Stunden überhaupt zu einem Fall komme, dass wir auch Gameplay sehen. Deshalb schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Teil ich am besten dort spielen soll. Also, ne, mit dem Gedanken dahinter, dass ich innerhalb der ersten zwei Stunden auf jeden Fall einen Fall haben werde. Ne, das wäre geil. Auf jeden Fall. Ähm, so. Da sind die 21 Spiele. Leute, Chained Echoes, Bedtime Simulator, Sly Cooper 2, Epix Legends, Dragon Quest 9, Lunar Zid, Yakuza 0, Another Crabs Treasure, Metroid Prime 2. Dabei ärgert mich ein bisschen, dass es hier drin ist, aber hey, weil ich hab gehofft, äh, was heißt, ich hab gehofft, aber als ich's gesehen habe in der Liste, hab ich gehofft, dass es nicht drankommt. Weil das Remaster ist halt noch nicht draußen. Vielleicht kommt's ja genau diese Woche. Weil ansonsten muss ich's mir, ja, auf der Wii U, glaub ich, müsste ich anschließen, ne? Da gibt's das, glaub ich, im Virtual Console. Die Virtual, man kann, glaub ich, gar keine Spiele mehr kaufen, ne? Der Wii U-Store ist ja, glaub ich, schon mittlerweile down, ne? Ja, muss ich mal fragen, ob ich jemanden kenne, der das hat. Ansonsten, äh, ja, Emulator, I guess, ne? Ähm, gegen Minesweeper, ja, keine Ahnung, wie wir das machen. Es gab in der Liste auch mehrmals Minesweeper online. Vielleicht kann man damit den Spaß ein bisschen erweitern, weil nur Minesweeper alleine, das, was auf Windows drauf ist, das für zwei Stunden. Nö, ich weiß nicht, ne? Kingdom Hearts Randomizer, könnte ganz funny werden. Ich hab mir noch nie in Kingdom Hearts 2 Randomizer angeschaut, nie einen gespielt. Ich hab keine Ahnung genau, was überhaupt randomized wird, was überhaupt die Möglichkeiten sind zu randomisen. I don't know, werden wir dann herausfinden, I guess. Ähm, Poop Die, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, beschissenes Game, Dishonored. Ähm, könnte ganz nice werden. Spookware ist auch sehr textlastig. Ähm, mal gucken, was das wird. Terraria, oh boy, das wird ne Katastrophe. Alle werden mich im Chat hassen. Tekken 8, äh, ja, I guess, da kann man bestimmt noch ein paar Online-Runden machen. Ähm, könnt ihr mir ein bisschen aufs Maul geben oder so. Ich hab ein bisschen Tekken 8 bereits gespielt. Und, ich hab keine Ahnung von Tekken 8, ich bin richtig scheiße da drin. Eastward, ja, könnte ganz funny sein. Ist so ein bisschen auch, ist auch sehr textlastig. Und da gibt's auch so Dungeons-mäßig Zelda wie bei Zelda. Also, vielleicht schaffen wir vielleicht irgendwie den ersten Dungeon oder so zu machen. Suns Boss Fight, das wird wild. Shadow of Colossus wird sehr cool. Pizza Tower hoffentlich wird sehr nice. Und Apollo Justice, Ace Attorney. Ja, wir machen jetzt noch ganz schnell die, ich würd sagen, vier Backup-Spiele. Vier Backup-Spiele. Die kommen auch in dieser Reihenfolge dran, wenn etwas ausfällt. Ich mach das zwar ungern, weil ich kenne euch. Wenn ich jetzt die vier Backup-Spiele auslose und diese vier Backup-Spiele, ähm, sind irgendwie richtig, richtig geil, dann werdet ihr dort im Stream sitzen und bei jedem Spiel mir sagen, wie kacke das Spiel ist und dass wir ja doch vielleicht die Backup-Spiele spielen werden, äh, müssen. Aber ich muss es machen, damit es auf jeden Fall transparent ist, dass dann ihn nicht mich irgendwie anklagt, anzeigt und sagt, ah, du hast mir meine Kanalpunkte geklaut, äh, äh, oder so. Deshalb machen wir das einfach. So, 205. 205 ist, nochmal Terraria, haben wir schon drin. 229 ist Stronghold Crusader. Ähm, so, erstes Backup-Spiel. Wenn etwas nicht läuft, ist das das erste Spiel, was wir backuppen. als Backup benutzen. 90, ähm, ist Dynadash. 123 ist Grandia 2, wild. Und das letzte, das letzte Backup-Spiel ist 188. Und das ist, äh, haben wir schon, wow. Wie antiklimatisch. Okay, 15. 15 ist, king, ach, haben wir schon. Und das letzte Spiel, 230, ist FIFA 22. Wieso genau 22? Wieso nicht 23 oder 21? Aber okay, gut. Das letzte Backup-Spiel. Okay, da sind die Spiele, Chat. Ähm, hier nochmal, wenn ihr gerne screenshotten wollt, manchmal klein. So, da sind die Spiele. In welcher Reihenfolge die genau kommen, an welchem Tag die kommen, das muss ich jetzt herausfinden. Das werde ich dann innerhalb der Woche, äh, noch posten, auf dem Discord oder so. Ähm, wann genau die kommen werden. Weil ich muss gucken, ne, erstmal, wie ich die überhaupt spielen kann. Ob ich die überhaupt spielen kann. Ob die funktionieren. Dies, das. Und dann will ich natürlich auch irgendwie eine bunte Mischung haben. Dass wir dann nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Montag direkt drei selbe Genre hintereinander haben oder so. Sondern, dass wir schön irgendwie eine bunte Woche haben oder so. Ähm, ja. Das werde ich dann im Laufe der Woche noch irgendwie posten. Wie der Plan ungefähr aussehen wird. Äh, aber ja. 20. Mai, nächste Woche, Montag, sprich, geht's los. 12 Uhr, jeden Tag, 12 Stunden Streams. Das wird eine geile Woche. Äh, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde es natürlich dual streamen, hier auch auf YouTube und auf Twitch, ne. Äh, auf diesem Kanal hier. Äh, Kuss geht raus an alle. Wir sehen uns irgendwann diese Woche zu den Streams. Ansonsten sehen wir uns spätestens bei der KSHW am Montag. Weil da werdet ihr definitiv alle dabei sein. Ja, wir sehen uns. Äh, tschüssi. Gummli, gucki, 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 gucki. Okay, cringe.